Hallo, schön, dass du hier bist bei dieser Folge. Und in dieser Folge geht es um das Thema Intuition. Und ich habe mir lange Gedanken darüber gemacht, wie ich dieses Video gestalten kann. Denn wir sprechen heute über etwas, über das nicht gesprochen werden kann, das erfahren werden muss. Aber das Schöne ist, es gibt Dinge, die wir beachten können, um unsere Intuition wieder mehr wahrzunehmen. Und vor allem zu verstehen, was Intuition nicht ist. Denn viele haben eine komplett falsche Vorstellung von Intuition und sind manchmal genau darin gefangen. Das ist vor allem in der spirituellen Szene und in dieser positiven Denkenszene sehr, sehr, sehr beliebt, dass wir verschiedene Dinge mit der Intuition verwechseln. Und genau darum geht es in diesem Video. Und es wird eines der wichtigsten Videos überhaupt werden, weil wer seinen Zugang zu seiner Intuition wiedergefunden hat, der braucht keinen Ratgeber mehr, der braucht keinen YouTube mehr, der braucht eigentlich keinen neuen Input mehr von außen, weil der hat eine Quelle, die bereits alles wahr ist. Ich freue mich und lasst uns loslegen. Bevor wir mit dem Thema Intuition beginnen, dürfen wir uns die Frage stellen, was ist Intuition nicht? Beziehungsweise was ist der Unterschied zwischen Denken, zwischen Fühlen und zwischen der Intuition? Denn sehr oft werden diese Dinge miteinander verwechselt. Und wir beginnen mal mit dem Denken. Und zwar ist es so, dass in der Intuition eine sehr leise innere, ich würde es mal sagen, Eingebung ist. Und du merkst es schon, mit Worten fällt es jetzt sehr schwer, das zu beschreiben, um was es geht. Aber vielleicht hast du schon so eine kleine Ahnung, so eine kleine Empfindung, was Intuition sein könnte. Dann kannst du dort andecken. Ansonsten würde ich dich einladen, bei diesem Video ganz offen zu bleiben, mehr zu fühlen als zu denken. Denn Denken ist nicht Intuition. Denken ist, was dort oben im präfrontalen Kortex abläuft. Das ist eigentlich der Neokortex dort hinten, der eine sehr, sehr, sehr begrenzte Kapazität hat. Und die meisten Menschen im Westen kennen es gar nicht mehr, wenn der dort vorne ruhig ist. Und das war ein ganz spannendes Erlebnis in meinem Leben, als ich das erste Mal ein längeres Meditationsretreat gemacht habe, wo ich damals für, das waren damals glaube ich auch 14 Tage, gesessen bin und nur meditiert habe. Und was dort passiert ist, ist, dieser Geist ist immer stiller und stiller und stiller und stiller und stiller und stiller geworden. Und was dann zum Vorschein kam, war genau diese feine Nuance der Intuition, wo man wieder mehr gespürt hat, hey, was ist gerade richtig, was ist gerade nicht richtig. Und das auf vielen verschiedenen Ebenen, beispielsweise beim Essen. Man hat wahrgenommen, welche Nahrungsmittel einem guttun und welche nicht. Man hat wahrgenommen, was gerade die nächsten wichtigen Schritte sind im Leben und was gerade nicht. Man hat wieder quasi die tiefere, größere Intelligenz wahrgenommen, weil der Geist dort oben wieder stiller wurde. Und Buddha hat es beispielsweise bei seiner Erleuchtung gesagt, dass das Denken wie ein Sinn ist. Also wie das Hören, das Riechen, das Schmecken und das Fühlen. Das ist wie ein Sinn, wie eine Wahrnehmung. Aber das Denken bei uns im Westen ist ja so laut geworden. Unser Kopf ist so laut, ständig mit irgendwelchen Dingen beschäftigt. Und wir beschäftigen ihn auch ständig mit Instagram, mit solchen Videos, mit vielen, vielen, vielen verschiedenen Dingen. Mit Fernsehschauen, mit irgendwelchen Ablenkungen, dass dieser ständig aktiv ist. Aber was wir dadurch nicht mehr hören, ist diese feine Wahrnehmung. Du kannst es dir vorstellen, wenn du vielleicht gerne manchmal Sport machst mit lauter Musik auf den Kopfhörern. Wir fühlen dadurch unseren Körper weniger. Das ist der Grund, weil dieser eine Sinn überlagert wurde, mit lauter Musik beispielsweise. Und wir hier im Westen laufen mit so einer lauten Beschallung in unserem Kopf rum, dass wir nicht mehr wahrnehmen, was wir eigentlich wirklich brauchen, was uns wirklich gut tut, wer wir wirklich sind und wo es bei uns im Leben hingeht. Also, das Erste ist, Intuition ist nicht Denken. Und hier kommen wir zum zweiten wichtigen Knackpunkt. Intuition ist auch nicht Wunschdenken. Denn oftmals ist es in dieser positiven Denkenszene, in dieser Szene, wo es drauf geht, ich wünsche mir jetzt was, ich stelle mir das vor und dann wünschen wir uns ständig irgendwelche Dinge und schicken das an unser Universum und möchten das so sehr, dass wir dann diesen Wunschgedanken als Intuition fehlinterpretieren. Auch diese ist nicht Intuition. Dieser Wunschgedanke, was die meisten Menschen irgendwie ans Universum oder an Gott oder an sonst wen schenken, der ist aus unserem Ego herausgeboren. Aus unserer Vorstellung, was wir noch brauchen sollten, was wir noch wollen. Das ist meistens nicht das, was unsere Intuition, unser ureigenster Weisheitsschatz für uns bereithalten würde. Und auch mit dem dürfen wir es nicht verwechseln. Also, wir dürfen Intuition nicht mit Denken verwechseln. Das Nächste, was Intuition auch nicht ist, ist zu sehr fühlen. Und das ist auch immer so oft in aller Munde. Wir sollen auf unsere Gefühle hören, wir sollen unseren Gefühlen folgen. Und auch das ist nicht unbedingt die reine Wahrheit. Weil es oft so ist im Leben, wir sind verletzt worden. Beispielsweise, stell dir vor, du bist einmal in deiner Kindheit oder meistens dann in der Jugend von einem Partner schwer verletzt worden, verlassen worden. Und du hast einfach so einen starken Herzschmerz. Und du hast dann irgendwann gelernt, hey, Beziehungen bedeuten Schmerz. Und wenn du dann in neue Beziehungen gehst, dann wird dieses emotionale Zentrum in dir aktiv. Und dann fühlt sich das für dich vielleicht irgendwie auf gewisse Art und Weise an. Und weil diese alten emotionalen Zentren sagen, hey, Warnung, 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 Warnung. Aber das ist nicht Intuition. Das ist dann einfach alte Erinnerungen, alte Gefühle. Auch das ist nicht Intuition. Und ich weiß, wie in diesem Video, das ist höchst defizil. Intuition ist nämlich etwas sehr Feines, was wir verlernt haben wahrzunehmen. Und ich zeige dir am Ende oder im zweiten Drittel dieses Videos, wie wir diese Intuition wieder wahrnehmen lernen können. Aber hier auch zu verstehen, es ist nicht nur die Gefühle. Beispielsweise bei mir war es so, ich habe dann damals, die meisten kennen jetzt mittlerweile die Geschichte, bevor ich Psychologie studierte und die ganzen Bücher schrieb, war ich ja Ingenieur. Und ich habe da ganz viele Ängste entwickelt. Ängste vor, was ich früher gern gemacht habe, Vorträge gehalten. Und irgendwann wurde mir alles so zu viel. Und ich war so ausgelaugt, dass ich dann auf einmal sogar Angst hatte, den Vortrag zu halten. Dass ich Angst hatte, zu Meetings zu gehen. Dass ich Angst hatte, zum Kunden zu gehen, weil ich einfach keine Energie mehr hatte. Ich habe da quasi ganz viele Ängste entwickelt. Und natürlich ist dann in meiner weiteren Entwicklung, wie ich dann auch diesen Job sein haben lassen und dann Psychologie studiert, natürlich sind dann diese alten Muster wieder hochgekommen, wenn ich wieder mich mit in einem Meeting getroffen habe, wenn ich vielleicht zu einem Kunden gegangen bin. Sind diese Gefühle wieder hochgekommen, weil sich mein Gehirn natürlich dies gemerkt hat. Mein limbisches System, das Emotionalgehirn, hat sich diese Situation als Gefahr gemerkt und sagt, okay, Gefahr wollen wir nicht mehr. Obwohl es ja keine reelle Gefahr ist, sondern einfach nur eine mehr oder weniger erdachte Gefahr. Oder was halt damals auch eine Gefahr war, weil mein Körper ausgelaugt war. Und es hat sich dann das emotionale Zentrum gemerkt. Und Intuition bedeutet nicht unbedingt einfach den Gefühlen folgen. Also einfach diesem Gefühl. Ich sage nicht, dass die Gefühle nicht für dich da sind, sondern die sind da. Und es ist zum Beispiel auch wichtig im Umgang mit Angst zu verstehen, dass die Angst da sein darf. Dass wir diese als Warnung annehmen dürfen, um vorsichtiger mit uns umzugehen, um bedachter mit uns umzugehen, um bewusster mit uns umzugehen, aber dem trotzdem folgen, wenn etwas in dir sagt, okay, das ist der richtige Weg. Das ist auch ganz wichtig zu verstehen. Also weder Emotion noch dieses Denken ist Intuition. In China gibt es so ein Sprichwort, das sagt, das Herz ist zu emotional und der Kopf zu rational. Und dazwischen liegt die Wahrheit. Und zwischen diesen beiden Dingen liegt auch die Intuition. Und was braucht es, um diese Intuition wieder wahrzunehmen? Du hast es wahrscheinlich jetzt schon aus den ersten beiden Punkten, was es nicht ist, rausgehört. Zum einen braucht es einen entspannten Geist, einen entspannten Körper. Wir dürfen wieder lernen zu entspannen. Wir dürfen wieder lernen, durchzuatmen und ruhiger zu werden. Das ist dann genau dieser Heurika-Effekt, diese griechische mythologische Geschichte, wo er sich in die Badewanne gelegt hat. Ich glaube, Aristoteles war es, hat sich in die Badewanne gelegt, hat da vor tagelang über Dinge nachgedacht und ist nicht draufgekommen. Und dann hat er sich in die Badewanne gelegt, hat die Augen geschließen und gesagt, okay, jetzt erstmal Ruhe. Und auf einmal kam der Moment, Heurika! Also was übersetzt heißt, ich habe es erkannt. Weil der Körper in die Entspannung gekommen ist, weil der Geist sich entspannt hat und wir dann diesen Zugang zu dieser Intuition wiederentwickeln. Und darum ist Entspannung und ist Ruhe so wichtig, um die Intuition wieder zu hören. Und wie leben wir im Westen, oder wie leben die meisten Menschen? Die leben angespannt. Von denen ist in unserem Leben immer ein Kampf. Und die haben nicht diese Entspannung. Und das zweite ist Bewusstsein. Diese beiden Komponenten sind die essentiellen Komponenten, um die eigene Intuition wieder wahrzunehmen. Entspannung und Bewusstheit. Entspannung und Bewusstheit. Was die meisten Menschen sind, ist angespannt und auf Autopilot. Was es braucht, um seine tiefere Stimme, seine Intuition und noch viel, viel, viel mehr zu erinnern, ist Entspannung und Bewusstheit. Und genau das macht man beispielsweise in der Meditation. Es ist eine entspannende Komponente dabei, weil wir ruhiger werden. Es ist eine beruhigende Komponente dabei beim Geist, weil wir aufhören, ihn ständig zu beschäftigen, aufhören, ihn ständig mit neuen Informationen zu schütteln. Und es ist Bewusstheit. Jedes Mal, wenn unser Geist abdriftet, jedes Mal, wenn er irgendwie wieder auf Reisen geht, oder wenn wir uns irgendwelche Geschichten ausmalen, oder wir in den eigenen Filmen stecken, ist es dort wieder in den Moment zu kommen. Das heißt, wir dürfen wach, hell und präsent sein und gleichzeitig entspannt. Und in diesem Zustand, wenn wir entspannt, wach, aber präsent mit unserem Geist sind, dann spüren wir immer mehr diese Intuition. Und ich merke in meinem Leben das auch ganz stark, wenn es wieder Phasen gibt, wo es sehr viel zu tun gibt, wo ich gar nicht weiß, was ich als erstes anfangen soll, dann merke ich, dass es natürlich auch ein bisschen angespannte wird, der Geist aktiver wird und ich diese Verbindung zur Intuition immer mehr verliere. Und dort gibt es auch dieses schöne Sprichwort aus China, das heißt, wenn du, meditiere jeden Tag eine Stunde, aber wenn du mal einen Tag hast, wo du unglaublich viel zu tun hast, wo du nicht weißt, was du als erstes tun sollst, dann meditiere zwei Stunden. Und die Weisheit dahinter ist eigentlich diejenige, dass wenn wir diese Verbindung zur Intuition, und die meisten Menschen haben sie nicht mehr, verlieren, dann machen wir unglugige Entscheidungen, dann folgen wir dem Leben, das eigentlich nicht unseres ist. Wir schneiden uns von dieser größeren Intelligenz ab und leben dann, versuchen dann alles aus diesem kleinen Geist herauszuleben. Und die Sache ist nämlich die, jeder große Gelehrte, jeder große Wissenschaftler, jeder, der das Leben tiefer verstanden hat, weiß ganz genau, es ist nicht mit den kleinen begrenzten Kapazitäten dort oben im Neokortex zu lösen. Einstein hat es beispielsweise so schön gesagt, wie ich es einleitend in diesem Video gezeigt habe, dieses Zitat, dass die Intuition das höchste Gut ist. Dass wir diese wieder lernen dürfen. Und dafür, was wir tun können, ist das, was ich dir eben schon gesagt habe, beginnen zu meditieren, zu entspannen, unseren Geist zu beruhigen. Unser Geist zu beruhigen bedeutet im Grunde genommen, nicht mehr Informationen über Instagram, über Facebook, über den Fernseher, über ständig diese Dauerbeschallung. Dass wir dies ein bisschen mehr sein lassen. Um wieder dem Stilleren lauschen zu können. Das Nächste ist, wir dürfen die Stille suchen. Ich erzähle dort immer gerne die Geschichte von meinem Großvater. Als ich noch ganz klein war, ein Junge von 4, 5 Jahren, dort habe ich immer meinen Großvater beobachtet. Ich habe ihn unglaublich geliebt. Und er ist immer mit einer Flasche Bier und einer Zigarre aufs Feld rausgegangen. Wie ich bin im Dorf groß geworden. Und dort auf dem Feld draußen stand eine Bank unter einem großen Baum. Und er hat sich, nicht jeden Tag, aber mehrmals die Woche ist er dort rausgegangen, hat sich sein Bier aufgemacht, seine Zigarre angezündet, und ist dort zwei Stunden gesessen. Und hat einfach über die Felder geblickt, den Sonnenuntergang, wie die Sonne langsam untergehen, angeblickt. Ich empfehle dir jetzt nicht unbedingt Zigarre zu rauchen und Bier zu trinken, aber genau diese Stille wieder zu suchen. Diese Ruhe wieder zu suchen. Das, was die vergangenen Generationen noch als völlig normal erachtet haben, weil es diesen großen Input nicht gab. Es gab kein Instagram, kein Facebook. Es gab nicht diesen Fernseh, dieses Konsum, was ständig laut war. Die Leute haben noch sich mehr gefühlt, war noch mehr mit sich in Verbindung. Und diese Stille wieder zu suchen. Und auch am Anfang bedeutet es, diese Stille auszuhalten. Weil unser Gehirn ist so daran gewöhnt. Setz dich einmal für eine halbe Stunde. Mach dieses Experiment für dich. Vielleicht sogar jetzt, dann im Anschluss zu diesem Video. Eine halbe Stunde in dein Zimmer, irgendwo draußen, sei es auf der Bank, wo du für dich alleine bist. Ohne Radio, ohne Fernseher, ohne Smartphone, ohne nichts. Einfach nur Stille. Und du wirst merken, wir werden sofort unruhig, wir werden merken, das ist langweilig, unser Gehirn möchte Beschäftigung. Und das liegt daran, weil wir uns das so stark angewöhnt haben. Und hier zu verstehen, dass diese Angewohnheit, die du da am Anfang als unangenehm wahrnimmst, dass diese vergeht, dass diese ruhiger wird, dass diese entspannter wird und dass dann etwas zum Vorschein kommt, was ganz, ganz, ganz wertvoll für dich ist. Und das ist die Intuition. Und diese generieren, gewinnen wir wieder, wenn wir entspannen, wenn wir wach und präsent sind und wenn wir dieses Bewusstsein kultivieren, was wir noch tun können, ist, uns in Achtsamkeit zu üben. Dort auch wirklich die herzlichste Einladung an dich, die Achtsamkeitsakademie, ich verlinke sie hier in der Beschreibung. Das ist diese Community, wo wir Stück für Stück für Stück genau das ins Leben bringen. Diesen achtsamen, diesen wachen, diesen präsenten Geist, wo wir wieder wissen, wer wir sind, wo wir wieder wissen, was uns wichtig ist, wo wir wieder wissen, wohin es bei uns im Leben geht. Nicht, indem wir irgendwelche Informationen bekommen, sondern weil wir uns selbst wieder spüren lassen, wo du ganz konkret dieses Bewusstsein in deinen Alltag bringst. Weil dort gibt es ganz spannende Studien, die zeigen, dass der Durchschnittserwachsene im Schnitt zwischen 95 und 98% seines Alltags auf Autopilotmodus verbringt. Er steht in der Früh auf, schaut aufs Smartphone, und checkt seine SMS, geht frühstücken, duscht, putzt Zähne, schnürt sich die Schuhe, zieht sich seine Jacke an, zieht sich seine Kleidung an, geht zum Auto, fährt ins Büro, alles auf Autopilot, alles wie gewohnt, alles ohne wirklich präsent und hier zu sein. Und dann arbeitet er seine Dinge ab, geht ihm nach Einkaufen, beim Einkaufen denkt er schon wieder ans Abendessen, beim Abendessen ist er schon wieder im Kopf woanders und ständig funktionieren wir, aber wir leben nicht. Und um die Intuition zu spüren, denn Intuition hat was mit dem Leben zu tun. Also, das ist jetzt wieder schwierig mit Worten zu beschreiben, das Leben selbst ist die Intuition. Das mag man vielleicht jetzt noch nicht gleich verstehen, aber das in Worte zu fassen ist das Schwierigste, was es nur gibt, weil es etwas ist, was man wahrnehmen darf. Was man fühlen ist vielleicht nicht, ich möchte das Wort wahrnehmen sagen, weil fühle, verwechsel gerne Menschen mit den Gefühlen. Aber es ist eine gewisse Wahrnehmung, ein gewisses, ja auch Gefühl, aber nicht eine Emotion, wie Angst, Wut oder so, sondern es ist so eine feine Führung, die wir wieder spüren und manchmal auch hören dürfen. Und das Letzte, was wir dann tun dürfen, ist Vertrauen. Halt, bevor wir zum Vertrauen kommen, möchte ich dir noch, was auch wieder Schwieriges in Worten zu fassen, etwas an die Hand geben, das nennt sich Kontemplation. Und zwar Kontemplation ist im Christentum beispielsweise auch sehr verankert, das ist was, was Mönche sehr viel gemacht haben, aber auch so ein bisschen verloren gegangen ist. Kontemplation bedeutet nicht nachdenken, sondern beispielsweise eine Frage, die du im Leben hast. Einfach in den Raum zu stellen. Zu sagen, okay, warum geht es bei mir im Leben hin? Und dann still zu werden. Dann auf diese Frage zu meditieren, und das bedeutet nicht ständig darüber nachzudenken, das bedeutet nicht irgendwelche Optionen abzuwägen, sondern das bedeutet sich zu sagen, okay, diese Frage von, wo geht es bei mir im Leben hin? Vor sich stellen und dann still werden, seinem Atem folgen und beobachten, was sich zeigt. Beobachten und wahrnehmen, beobachten und wahrnehmen. Das ist der achtsame Geist, das ist der Beginnersmein, das ist der Anfängergeist, wie es immer gern im Buddhismus genannt wird. Wenn wir einfach schauen, was ist, schauen, was ist, schauen, was ist. Das ist Kontemplation. Und eine Frage, die im Zen-Buddhismus gern gestellt wird, was so eine Art Koan ist, ist die Frage von, was bin ich wirklich? Und das beantworten wir auch nicht, indem wir uns einfach diese Frage stellen, was bin ich, und denken, 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 sondern das vor uns in den Raum stellen. Was bin ich? Und dann einfach nur beobachten. Beobachten, 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 beobachten. Und irgendwann kommt vielleicht diese feine Intuition und gibt dir diese Antwort. Aber das ist natürlich, das ist die Schwierigkeit, gerade auch in diesem Video, in unserer ungeduldigen, schnelllebigen Zeit, wo wir alles immer sofort bekommen, wo alles immer, sobald wir Hunger haben, ist ein Kühlschrank in der Nähe oder ein Supermarkt, sobald wir Schmerzen haben, gehen wir zum Arzt. Unsere Bedürfnisse werden immer sofort befriedigt. Wir sind überströmt mit Informationen und Dingen, aber haben diese Geduld, diese Stille, diese Feinheit dazwischen verlernen und dort dürfen wir wieder zurück. Denn wenn wir in unsere Gesellschaft blicken, dann ist die mehr, dann ist die überhaupt nicht entspannt. Wenn wir die Krankheitszahlen betrachten, aus dem deutschen Stressreport, dann sind ein Drittel der Deutschen stark an ihren Belastungsgrenzen. Oder sind schon in psychischen Disbalancen. Was uns hilft, ist diese Ruhe, diese Stille wieder zu kultivieren. Und aus dieser geht etwas so Wunderschönes hervor und das nenne ich jetzt Intuition, die wir wieder hören dürfen. Und dann dürfen wir lernen, und das ist auch noch ein wichtiger Punkt, wenn wir sie wieder hören und fühlen, ihr zu vertrauen. Denn oftmals gibt diese Intuition uns Impulse, die unser Verstand nicht fassen kann. Wo unser Verstand sagt, hey, das passt gerade, wie soll jetzt das gehen? Und dort dürfen wir Vertrauen lernen. Ich habe da ein kleines Beispiel bei mir. Damals, als ich noch Ingenieur war, dort gab es ein großes Meeting und ganz hinten sah es ein alter Ingenieur, also der schon wirklich viele, viele Jahrzehnte Erfahrung hat. Und dann wurde diskutiert und Präsentationen erstellt und der hat was präsentiert und derjenige und viel geredet. Und dann fast am Ende sagt dieser, dieser sehr weise, sage ich jetzt mal, ältere Ingenieur, ich habe ein schlechtes Gefühl dabei. Irgendwas stimmt ja nicht. Und dann wurde er natürlich gefragt, ja, was stimmt denn jetzt nicht? Was passt jetzt nicht? Und er konnte es nicht beantworten, weil es seine Intuition war, die gesagt hat, irgendwas ist hier noch nicht richtig, irgendwas ist hier noch nicht stimmig, irgendwas passt hier noch nicht. Und wir können unsere Intuition manchmal nicht verbalisieren, wir können sie nicht rationalisieren, wir können quasi nicht genau begründen, warum unsere Intuition, weil es eine tiefere Intelligenz ist. Manche Forschungsstudien sagen, zwei Millionenfach höhere intelligent als unser präfrontaler Kortex ist. Und dort dürfen wir Vertrauen lernen. Und mit diesem Vertrauen, wenn wir dem dann folgen, dann sehen wir das Ergebnis und dann wird das Vertrauen stärker und dann kommen wir immer mehr in diesen Flow, in diesen Fluss des Lebens, in dem, um was es eigentlich geht. Und das ist immer wieder, auch das zu verstehen, in Auf und Ab. Wie ich es eben schon mal gesagt habe, dass wenn bei mir wieder stressigere Zeiten kommen, dann darf ich mich an dieses Sprichwort aus China erinnern, dann zwei Stunden meditieren. Dann, vor allem dann in Ruhe, in die Ruhe kommen. Denn unsere Intuition bringt uns ein Grunde genommen nie in solche Situationen, die uns überfordern, die uns nicht gut tun. Und darum in diesen Tagen zwei Stunden meditieren. Weil es ein Auf und Ab ist. Und das dürfen wir lernen. Und dieses Geschenk dürfen wir wieder gewinnen. Und dazu lade ich dich an und ich hoffe, du konntest in diesem Video ein bisschen was für dich dort mitnehmen, zwischen den Zeilen lesen und vor allem hören und spüren. Und meine Einladung auch von Herzen an dich, guck mal in die Achtsamkeitsakademie vorbei. Der Link ist hier unten in der Beschreibung. Da gibt es noch mal weitere Seminarvideos, komplett kostenfrei für dich, wo du noch mal mit diesem Thema der Achtsamkeit in Berührung kommen kannst. Und natürlich dann auch ein größeres Programm, wo du das wirklich in deinem Alltag fest verankern kannst. Wo wir Lebensbereich für Lebensbereich mit diesem Bewusstheit, mit dieser Verbindung füllen. Und wenn du jetzt spürst, hey, dort ist was für mich dabei, dann könnte das jetzt schon deine Intuition sein. Und dann folge ihr. Folge ihr. Der Link ist unten in der Beschreibung. Spür mal, wo es dich hinträgt. Und ich freue mich von Herzen auf dich. Ich wünsche dir viel Freude bei dem Entdecken des Wichtigsten, was es überhaupt nur gibt. Deine Intuition. Und wir beide sehen uns dann. Bis gleich. Dein Peter. Bis wieder. Bis dann. Be it. The movie is called The movie is called If you're one of the coolest能 I'm a designer, The movie is called It's called The Im Bis aquela